Mein Background in der deutschen Hip-Hop-Szene gilt vor allem der Pioniersarbeit, weil als ich angefangen habe, Beatbox zu machen, also Musik und auch Graffiti, also zu sprühen mit Sprühdose, sehr schnell allerdings legal mit Aufträgen, das war ganz, ganz am Anfang. Mein Kontakt zu Graffiti kam über ein Buch und mein Interesse an Beatbox, dass ich Beatbox mache, das kam von der Musik. Zur damaligen Zeit war das alles natürlich Pioniersarbeit, kaum jemand kannte das, es gab einfach noch keine große Szene dafür und mittlerweile Hip-Hop-Elemente findet man überall, ob jetzt in der Kunst oder in der Kleidung oder eben in der Musik, das ist ja mittlerweile sehr, sehr stark präsent. Interessant finde ich auch, dass die meisten Künstler, die ich kenne, die erfolgreich jetzt in Richtung Urban oder Street Art sind, alle mit Graffiti eigentlich angefangen haben.